Hallo, mein Name ist Katja Teichert und ich gründe gerade ein Unternehmen im Bereich der Rekrutierung für IT-Spezialisten. Ich berate Unternehmen in Prozessen und das ist aber nur der eine Teil meines Lebens. Der andere ist natürlich, dass ich unglaublich gerne in Leipzig lebe und mein Lieblingsort in Leipzig sind die Leipziger Auen. Ich mag sie zu jeder Jahreszeit, ich laufe, wenn es geht, mindestens zwei bis vier Mal in der Woche und ich weiß immer ganz genau, wenn ich Ruhe brauche und wenn ich Entspannung brauche, dann gehe ich da hin. Das ist für mich einfach das Beste, was es gibt.